Im zweiten Beispiel zu den Schnittgrößen geht es um das abgebildete Tragwerk hier. Zu bestimmen sind Normalkraft, Querkraft und Biegemoment an den Stellen E sowie F. Gegeben sind die Last F hier sowie die Abmessungen A und L. Wenn wir hier die Schnittgrößen an diesem Tragwerk an den gesuchten Stellen E und F bestimmen sollen, dann müssen wir natürlich an diesen Stellen schneiden, aber zuvor sind entsprechende Stabkräfte sowie Lagerreaktionen zu bestimmen. Wir schauen uns zuerst diese beiden mittleren Stäbe Hg und Hd an und schneiden diese entsprechend aus dem Gesamtsystem heraus bzw. schneiden wir den Punkt H eigentlich aus dem Gesamtsystem heraus und ersetzen dort durch die entsprechenden Stabkräfte. Dieses Freikörperbild, das dann entsteht, sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal wiederum Y-Achse nach positiv vertikal nach oben und X-Achse positiv horizontal nach rechts. Wir sehen uns hier den Punkt H an und haben dadurch einerseits natürlich die externe Last F sowie hier eine Stabkraft des Stabs Hg, die wir mit Fhg bezeichnen wollen und entsprechend auf der anderen Seite eine Stabkraft Fhd. Die Winkel zwischen den beiden Stabkräften und der X-Achse sind jeweils Alpha und wenn man sich überlegt, dass wir hier ein rechtwinkliges Dreieck zur Verfügung haben, dann kann man natürlich diese Winkel entsprechend berechnen, indem wir hier das rechtwinklige Dreieck reinlegen, dann hier oben ein Dreieck, das ebenfalls ein rechtwinkliges Dreieck ist und somit den Winkel berechnen. Daraus entsteht dann, dass der Winkel sich aus dem Akustangens der Länge A, dieser kleinen mittleren Stäbe, dividiert durch die Länge L, die der halben Länge der äußeren Stäbe entspricht, berechnen lässt und Alpha ergibt sich somit zu 26,6 Grad. Dann können wir direkt das Gleichgewicht aufstellen. Ich nenne diese Skizze jetzt A. Das Gleichgewicht aus A ergibt sich dann als Kräftegleichgewichte. Momentengleichgewicht macht ja offensichtlich keinen Sinn, weil es sich um ein Zentralkraftsystem in H handelt. Damit fallen alle Momente um H entsprechend weg. Das heißt, wir verwenden die Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, sowie die Summe aller Kräfte in y-Richtung ist gleich 0. In x-Richtung ergibt sich FHG Cosinus Alpha minus FHD Cosinus Alpha, die entsprechenden Horizontalkomponenten der Kräfte, ist gleich 0. Daraus lässt sich direkt ablesen, dass FHG gleich FHD sein muss. In y-Richtung dagegen ergibt sich das Gleiche mit dem Sinus Alpha. FHG Sinus Alpha plus FHD Sinus Alpha. Jetzt aber nicht vergessen, Minus äußere Last F ist ebenfalls 0. Und aus dieser Gleichung lässt sich bestimmen das FHG, indem wir nämlich für FHD hier die Kenntnis einsetzen, dass das ebenfalls dem FHG entspricht. Somit erhält man ein FHG von F durch 2 mal Sinus Alpha. Entsprechend FHG und FHD zusammengefasst bleiben 2 Sinus Alpha übrig und dann entsprechend umgeformt ergibt sich dieser Zusammenhang. Wenn die gegebenen Zahlenwerte eingesetzt werden, liefert das ein FHD von 894 Newton und dann entsprechend natürlich auch ein FHD von 894 Newton. Damit haben wir das erste Gleichgewicht erledigt. Das zweite Gleichgewicht sieht folgendermaßen aus. Wir trennen das Tragwerk am Punkt C hier auseinander und schauen uns die gesamten Stäbe AC sowie BC an. Jetzt kennen wir natürlich schon die Stabkräfte. Wir können also diese Stäbe hier innen entfernen und entsprechend an den Punkten D und G unsere Stabkräfte FHD und FHG eintragen und mit diesen weiterrechnen. Das Freikörperbild wäre entsprechend einmal linker Stab hier der Punkt C hier der Punkt A und an der halben Länge der Punkt D und gespiegelt die andere Seite hier der Punkt B wieder mittig gelegen der Punkt G und oben entsprechend wieder der Punkt C. Alle Kräfte eingezeichnet im Gelenk CY, CX. Die Gelenkskräfte müssen sich natürlich entsprechend wieder aufheben. Es sind also an der anderen Seite die entgegengesetzten Gelenkskräfte CX, CY einzuzeichnen. Und wir haben natürlich hier unsere bereits berechnete Stabkraft FHD und hier ebenfalls die bereits berechnete Stabkraft FHG sowie in den Lagern in A, AY und AX und hier rechts BX und BY. Ein wenig Geometrie ist noch notwendig. Einerseits, wenn man hier runter verlängert die Vertikale, haben wir hier oben wiederum den bereits berechneten Winkel Alpha analog natürlich rechts. Die Teile sollen natürlich analog aussehen und nur gespiegelt um diese Vertikale sein. Das ist jetzt hier in der Skizze etwas schlecht dargestellt. Wir haben dann hier unten eine Länge jeweils 2L Sinus Alpha und hier genauso 2L Sinus Alpha und in vertikaler Richtung entsprechend die Länge 2L Cosinus Alpha und rechts natürlich analog. Das zeichne ich jetzt nicht ein. Hier von A bis D die Länge L und von D bis C die Länge L genauso wie hier rechts. Damit haben wir zwei weitere Freikörperbilder. Ich nenne das linke B und das rechte C für die wir wiederum Gleichgewicht aufstellen können. Gleichgewicht aus dem Freikörperbild B jetzt Momentengleichgewicht aufgestellt nämlich das Momentengleichgewicht um den Lagerpunkt A hier. Dieses Momentengleichgewicht liefert Summemomente um A ist gleich 0 entsprechend begonnen bei FHD positive Drehrichtung erinnern wir uns ist gegen den Uhrzeigersinn also hier minus FHD mal Normalabstand L plus CX mal Normalabstand 2L Cosinus Alpha plus CY 2L Sinus Alpha gleich 0 und unsere Gleichung 1. In Analogie dazu Gleichgewicht aus dem Teilstück C aus unserem Freikörperbild C auch hier Momentengleichgewicht und zwar in diesem Fall um den Punkt B durchgeführt liefert dann entsprechend FHG mal L positiv und dann minus CX 2 mal L Cosinus Alpha plus CY 2 mal L Sinus Alpha ist wiederum 0 und das ist dann unsere Gleichung 2. Jetzt können wir diese beiden Gleichungen verwenden und entsprechend die Gelenkskräfte CX und CY bestimmen. Wir formen aus der Gleichung 1 das CX heraus das liefert dann 1 durch 2L Cosinus Alpha Klammer FHD mal L minus CY 2L Sinus Alpha Das ist dann meine Gleichung 1 Stern und diese Gleichung 1 Stern setze ich in die Gleichung 2 zurück ein was dann wiederum zu einem Zusammenhang führt FHG mal L minus und jetzt setzen wir die Terme aus der eckigen Klammer extra ein FHD durch 2 Cosinus Alpha mal 2L Cosinus Alpha Hier habe ich das L bereits entsprechend beim Einsetzen herausgekürzt plus CY 2 Sinus Alpha durch 2 Cosinus Alpha mal 2L Cosinus Alpha plus CY mal 2L Sinus Alpha ist gleich 0 Wir können hier entsprechend ein paar Dinge kürzen nämlich einerseits das 2 Cosinus Alpha hier dann hier 2 Cosinus Alpha und entsprechend dann auch unter der Kenntnis dass FHG und FHD gleich sind diesen gesamten Term FHGL mit FHDL die heben sich entsprechend weg durch das entgegengesetzte Vorzeichen Alles andere formen wir entsprechend um und erhalten dann aus dieser Gleichung 4CY Sinus Alpha ist gleich 0 oder anders gesagt die Gelenkskraft CY ist gleich 0 Dieses CY setzen wir jetzt wieder in unsere Gleichung 1 Stern zurück ein und erhalten für CX lediglich noch FHD durch 2 mal Cosinus Alpha Entsprechend mit den Zahlenwerten eingesetzt ergibt sich ein CX von 500 Newton Damit sind wir auch mit diesem Freikörperbild fertig und wir können nachdem jetzt die Gelenkskräfte bekannt sind unsere beiden Schnitte durchführen wir schneiden also das Segment DE schauen wir noch einmal kurz zurück rauf das Segment DE ist dieses Segment hier Dieses Segment können wir schneiden und entsprechend dann eh die Schnittgrößen einführen das wäre auch mit dem ersten Freikörperbild A bereits gegangen und dann schneiden wir hier von oben das Segment CF wozu wir die Gelenkskräfte in C dann benötigen werden wiederum ein Freikörperbild dazu ich zeichne jetzt das Freikörperbild aus Platzgründen auf die linke Seite wir haben also hier unseren Punkt D mit der entsprechenden Stabkraft und hier den Schnittpunkt E an dem wir genau schneiden möchten an D wissen wir wirkt unsere Stabkraft FHD und an E tragen wir entsprechend die Schnittgrößen ein wir drehen das Koordinatensystem mit als natürliches Koordinatensystem haben also unsere Laufvariable X' nach rechts unten wirken ich zeichne das Koordinatensystem hierher das übliche Schnittgrößen-Koordinatensystem das wäre dann X' Z' und positive Drehrichtung wieder gegen den Uhrzeigersinn also Y' aus der Tafel-Ebene heraus so dass wir am positiven Schnittufer an dem wir uns hier jetzt befinden eine Querkraft UE in positive Z' Richtung erhalten eine Normalkraft natürlich wie immer weg vom Schnitt in positive X' Richtung und das Schnittmoment M-E in positive Drehrichtung um Y' auch bei Schnitten ist es ja so dass es sich rein um Gleichgewichtsbedingungen handelt das heißt wir stellen für diesen Schnitt wiederum die Gleichgewichtsbedingungen auf Momentengleichgewicht und die beiden Kraftgleichgewichte starten wir mit dem Kraftgleichgewicht und zwar in diesem Fall in Z' Richtung das liefert FZ' summiert ist gleich Null was gibt es in FZ' Richtung? ja nur die Querkraft QE das heißt die Querkraft QE muss entsprechend Null werden analog in X' Richtung hier haben wir etwas mehr nämlich in negative X' Richtung die Stabkraft FHD und dann am Schnitt die Normalkraft NE also muss die Normalkraft NE hier der Stabkraft FHD entsprechen und somit 894 Newton sein und das Moment machen wir um den Schnitt wie üblich nämlich um den Punkt E auch dieses muss natürlich entsprechend Null sein es gibt nur dieses eine Moment die Stabkraft FHD geht ja mit ihrer Wirkungslinie durch den Schnittpunkt E durch das heißt das Schnittmoment ME muss ebenfalls Null sein erster Schnitt ist damit erledigt zweiter Schnitt geht analog wenn gleich auch ein wenig aufwendiger zu berechnen wir zeichnen wieder ein Freikörperbild wir schauen uns das Segment CF an wie bereits angekündigt haben hier also ein Freikörperbild der Form hier das Lager C und hier unten unser Schnittpunkt F hier in der Mitte ist der Punkt an dem die Stabkraft FHD angreift nämlich G beginnend oben im Gelenk haben wir jetzt hier ein CX CY wenn wir uns zurück erinnern war Null das heißt ich zeichne CY schon gar nicht mehr ein aus Übersichtlichkeitsgründen und auch CX ist deswegen strichliert weil wir hier jetzt projizieren wollen einmal in Richtung des lokalen Koordinatensystems X' das wir wieder genau gleich reinlegen wie oben entlang des Stabes X' das wäre dann ein CXX' und eine Komponente von CX auf Y' projiziert entsprechend haben wir hier den Winkel Alpha hier die Länge L zwischen C und G und hier die Länge L minus A zwischen G und F in G greift wie gesagt die Stabkraft FHG an und am Schnitt haben wir wieder Querkraft positiv Normalkraft positiv sowie ein positives Schnittmoment MF der Vollständigkeit halber wieder das Koordinatensystem hergezeichnet die Komponenten CXX' und CXY' lassen sich dann auch recht einfach berechnen nämlich CXX' muss CX Sinus Alpha sein laut Skizze und CXY' muss CX Cosinus Alpha sein damit kann man wieder das Gleichgewicht aufstellen wir beginnen wieder mit dem Kraftgleichgewicht in Z' Richtung das ist hier Querkraft QF von unten beginnend Minus CXY' nämlich CX mal Cosinus Alpha plus Stabkraft FHG ist gleich Null Aus dieser Gleichung lässt sich direkt die Querkraft QF bestimmen die dann lautet CX Cosinus Alpha minus Stabkraft FHG in Zahlenwert ausgedrückt also minus 447 Newton dann das Kraftgleichgewicht in X-Strich-Richtung hier haben wir nur CXX' und die Normalkraft das heißt wir haben NF plus CX Sinus Alpha ist gleich Null also NF ist gleich minus CX Sinus Alpha Zahlenwerte wiederum eingesetzt ergibt sich hier minus 224 Newton und zum Schluss das Momentengleichgewicht wiederum natürlich um den Schnittpunkt liefert einerseits das Schnittmoment MF selbst dann mit positiver Drehrichtung FHG mit Normalabstand L minus A minus CXY' also CX Cosinus Alpha mit dem Normalabstand 2L minus A ist entsprechend wieder Null und wir formen um auf das Schnittmoment MF das dann lautet CX Cosinus Alpha 2L minus A minus FHG L minus A Zahlenwerte eingesetzt ergibt sich ein Schnittmoment MF von 224 Newtonmeter Damit sind beide Segmente berechnet und damit ist auch berechnet wie die Schnittgrößen am Punkt E aussehen und wie die Schnittgrößen am Punkt F aussehen was ja in der Fragestellung ursprünglich gefragt war FHG 1L